Moinsen! Heute mal was zum Tageskilometerzähler. Und zwar habt ihr bei euch im Ducato 8 in der Mittelanzeige zwei Tripzähler. Das heißt, Trip A ist der Zähler, den ihr normalerweise immer manuell zurücksetzt nach einem Tanken. Trip B ist der, der standardmäßig so ist, dass er nach jedem Zündung ein- und Zündung ausschalten wieder gelöscht wird. Was mich ein bisschen nervt, weil man gerade, wenn man lange Urlaubsfahrten hat, will man vielleicht mal den ganzen Urlaub gucken, was man so verbraucht hat. Und da kann man den Trip Nummer B, kann man das löschen, kann man manuell für sich einstellen, das heißt nach seinen Bedürfnissen. Dafür geht hier in die Fahrzeugeinstellung, drückt darauf, drückt auf Display und dann scrollt ihr runter bis auf Reset Trip B. Da klickt ihr drauf und da steht halt jetzt nie immer alle zwei Stunden oder alle acht Stunden, erklärt sich von selbst. Das heißt, da wird eingestellt, wann er den Trip eigentlich löschen soll. Ich für meinen Fall will es ja nie löschen haben. Das heißt, deswegen stelle ich das jetzt auf nie löschen. Was jetzt in meinem Fall heißt, dass ich natürlich auch den Trip B manuell resetten muss, weil er ansonsten immer weiterläuft. Also vielleicht als Tipp für eure Bedürfnisse, je nachdem, ob ihr täglich das löschen wollt oder es vielleicht auch mal so machen wollt, dass ihr eine ganze Urlaubsfahrt aufzeichnen wollt, da könnt ihr das für euch selber individualisieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.